Ich fühle, ich werde verfolgt. Wissen Sie von wem? Keine Ahnung, das sollen Sie ja herausfinden. Also, wollen Sie mir helfen? Wer hat Freude umgebracht? Ihre Feinde oder seine? Ich weiß es nicht. Seine nehme ich an. Oh, ich habe solche Angst. Angst, Angst, jetzt reiß mir langsam. Wie soll ich Ihnen helfen, wenn Sie mich mal sagen, um was es sich handelt? Wollen Sie zur Polizei gehen? Das ist gar nicht notwendig, die stehen schon vor der Tür. Wenn die Sie ins Kreuzhöher nehmen, dann werden Sie ja blaues Wunder erleben. Ich habe mir eingebildet, Sie würden mir helfen. Ich gebe zu, dass vieles gegen mich spricht. Und wenn Sie mir nicht vertrauen können...